Die heimliche Liebe von Florian Silbereisen und Beatrice Egli, eine Reise von der Bühne in die Herzen des Anderen. Willkommen auf unserem Kanal, bitte klicken Sie auf die Schaltfläche, Kanalabonnement, um die neuesten Nachrichten zu erhalten. Florian Silbereisen und Beatrice Egli, zwei Namen, die in der deutschen Musikbranche nicht mehr unbekannt sind, haben eine romantische und unerwartete Liebesgeschichte geschaffen. Von Bühnenauftritten an entdeckten und öffneten sie nach und nach ihre Herzen füreinander und bauten eine traumhafte Beziehung auf. Ihre Liebesgeschichte besteht nicht nur aus romantischen Momenten, sondern auch aus einer Reise voller Herausforderungen und Emotionen. Florian und Beatrice lernten sich bei einer großen Musikshow kennen. Florian war als erfahrener und renommierter Künstler sofort von Beatrices Talent und Begeisterung beeindruckt. Was Beatrice betrifft, so hat sie sich dank ihrer süßen Stimme und ihrem attraktiven Auftrittsstil schnell einen Namen gemacht, obwohl sie gerade erst in die Musikbranche eingestiegen ist. Durch ihre Zusammenarbeit auf der Bühne erkannten sie nach und nach ihre Gemeinsamkeiten und Harmonie in der Musik. Durch die langen gemeinsamen Übungseinheiten und Auftritte entstand eine besondere Verbindung zwischen den beiden. Anfangs war es nur gegenseitige Bewunderung und Respekt, aber nach und nach kamen immer stärkere Gefühle auf. Obwohl sie viele Gemeinsamkeiten haben, stehen Florian und Beatrice auch vor vielen Herausforderungen. Unterschiede in Alter, Erfahrung und Lebensstil sind keine kleinen Hindernisse. Florian, der viele Lieben erlebt hat und über reiche Lebenserfahrungen verfügt, fällt es manchmal schwer, die Sorgen und Nöte von Beatrice zu verstehen und mitzufühlen. Ein enthusiastisches, aber unsicheres junges Mädchen. Darüber hinaus ist auch der Druck der öffentlichen Meinung und der Medien eine große Herausforderung. Gerüchte und Spekulationen über ihre Beziehung sind immer ein heißes Thema in den Zeitungen. Dies führt manchmal zu großen Spannungen und Missverständnissen zwischen zwei Menschen. Dank Aufrichtigkeit und intensiver Liebe überwanden Florian und Beatrice jedoch alle Schwierigkeiten und bauten nach und nach eine solide und dauerhafte Beziehung auf. Bei ihren gemeinsamen Auftritten wurde Florian und Beatrice nach und nach klar, dass sie nicht nur gute Kollegen, sondern auch tolle Lebenspartner sein könnten. Verständnis, Austausch und Mitgefühl sind wichtige Faktoren, die ihnen helfen, eine Bindung aufzubauen und Liebe aufzubauen. Gemeinsame Abende beim Revue passieren von Erinnerungen auf der Bühne, kurze Ausflüge, um dem Arbeitsdruck zu entfliehen, und friedliche gemeinsame Momente haben dazu beigetragen, dass sie sich immer mehr verstehen und lieben konnten. Mittlerweile sind Florian und Beatrice ein berühmtes Paar geworden und werden von vielen Menschen bewundert. Sie sind nicht nur in ihrer Musikkarriere erfolgreich, sondern auch Symbole aufrichtiger und dauerhafter Liebe. Ihre Zukunftspläne beschränken sich nicht nur auf die persönliche Karriereentwicklung, sondern zielen auch auf den Aufbau einer glücklichen Familie ab. Florian und Beatrice teilten mit, dass sie immer versuchen, Zeit miteinander zu verbringen, einander zuzuhören und zu verstehen. Sie bemühen sich auch ständig darum, die Liebe am Leben zu erhalten, indem sie kleine Überraschungen, romantische Reisen und und... Unglaublich wichtiger Punkt, weil wie gesagt, als Frau, damit ich mit einem Mann schlafe, muss ich mich sicher und geborgen fühlen. Weil ich Angst davor habe, dass er mich verarscht, dass er mich betrügt, dass er mit mir schläft, mich schwanger zurücklässt und sich verpisst. Ja, und deswegen ist innere Ruhe und Gelassenheit unglaublich wichtig. Das hat was mit weiblicher und männlicher Energie zu tun, wo ich viel drüber spreche. Die männliche Energie ist klar, stabil und die weibliche Energie ist eher schwankend, emotional und... Und... und